Der liegende Anschlag, das läuft erstmal sehr gut, 2, 3, 4. Diese eine macht mir noch nicht so große Sorgen, wenn sie fehlerfrei bleibt im weiteren Verlauf. Und das tut sie. Und sie ist die eine, die mittlerweile auch die Nerven im Griff hat, definitiv. Wird sehr locker, hat in den letzten Jahren auch viel dazu gelernt. Und hat natürlich auch miterleben müssen, wie plötzlich das Interesse an ihrer Person weniger geworden ist. War plötzlich eine 9er, ja das Interesse auf sich fokussierte. Aber das hat Karte Wilhelm auf sehr souveräne Art und Weise auch überstanden. Und hat dann ordentlich zurückgeschlagen. Spätestens hier in Pyongyang. Nach dem ersten Schießen, aber das ist alles ein alter Hut. Führt Andrea Henkel vor Domraceva. Und vor allem Darja Domraceva darf heute auch wieder als sehr, sehr stark eingeschätzt werden. Mittlerweile haben wir schon Ergebnisse nach dem dritten Schießen. Da liegt jetzt Thea Gregorin. Die Slowenien immer noch vor Tora Berger. Und Karte Wilhelm ist 27 Sekunden zurück. Hat aber auf Berger dann doch schon eine halbe Minute aufgegeben. Absolute Null. Absolute Null benötigte Hand. Andrea Henkel ist übrigens am Schießstand. Meine lieben Freunde, wo haben wir, wo sind wir? Wir verfolgen Andrea Henkel trotzdem. Wir gehen natürlich jetzt mal auf Tora Berger. Andrea Henkel hat zweimal getroffen. Dreimal. Und muss eine Strafminute noch mal kassieren. Damit gibt es für die Andrea insgesamt doch drei Minuten. Und das ist heftig. Tora Berger mit einer weiteren Minute. Aber Tora Berger ist ein super Ergebnis. Mit dieser Laufform jetzt nur ein Fehler. Damit kann sie sich sehr gut platzieren. Tja, natürlich stellt sich da schon die Frage, wo ist die Laufform plötzlich geblieben, der Tora Berger? Ja, die Norwegerinnen sind nach Hause gefahren. Sie haben sich zu Hause in Norwegen vorbereitet. Anders zu den Herren. Die Herren sind in Antolz geblieben, haben da Höhentraining gemacht. Beispiel durchaus dazu gehören die 28-jährige Slowenin, die in ihrer Karriere noch nicht den ganz großen Wurf hat landen können. Und Olga Zaitseva zweimal hat sie Bronze gewonnen. Bei diesen Weltmeisterschaften. Letztes Jahr in Östersund ist sie im eben besagten Einzelwettkampf achte, sechste geworden. Ja, mit einem Schießfehler, Tja Gregorin. Alexander Serifonov, der russische Damentrainer. Das ist im russischen Verband insgesamt so ein bisschen kracht und scheppert. Das ist übrigens auch aus einem Zitat zu entnehmen von Elena Anisinena, der neuen Exekutivdirektorin des russischen Verbandes. Die sagt über Alexander Tichonov, obwohl sie große Sporthelden waren, heißt das nicht, dass sie große Funktionäre sind. Und diese Aussage, glaube ich, ist aussagekräftig. Ja, Zaitseva, zwei Fehler. Zwei Minuten für Zaitseva. Zaitseva ist am Skistand. Das ist wichtig, ein Fehler. Aber auch Martina Beck ist jetzt am Skistand. Oh, Daria Domoraceva, das wird Klassiker gar nicht schmecken. Zwei Fehler, zwei Strafminuten. Und dann bitte gleich zu Martina Beck gehen, wenn es denn genehm wäre, meine lieben Kollegen. Dritter Schuss von Beck, Treffer. Vierter Schuss von Beck, Treffer. Fünfter Schuss von Martina Beck. Auch Treffer. Sehr stark. Jetzt Martina Beck sofort raus, aufgestanden und weg aus dem Schießstand. Und jetzt kommt Helena Jonsson. Manchmal verstehe ich nicht, welche Bildauswahl die Kollegen des norwegischen Fernsehens treffen, die hier verantwortlich sind. Tut mir leid. Das sind wirkliche Versäumnisse. Ja, eben auch Sandrine Bahia am Schießstand gewesen. Und das ist mal ein schönes Zwischenergebnis, dass sie mal nach dem dritten Schießen eine Null geschossen hat im liegenden Anschlag. Das sieht man von ihr jetzt in dieser Saison auch nicht so häufig, dass sie mal eine blütenreine Weste behält in einem Anschlag. Ja, Helena Jonsson ist schon wieder auf einem extrem guten Weg. Jetzt kommt Marie-Laure Brunier aus Frankreich, die ja als einzige überhaupt fehlerfrei beim Verfolger blieb. Viermal geschossen, viermal Null bei diesen schwierigen Bögen im Windverhältnis. Der Wind weht nicht ständig sehr heftig, sondern er fällt mal rein, er geht mal weg. Und das ist das schwer zu berechenbare bei diesem Schießstand in Pyeongchang. Und sie auf eine Athletin, die eben noch bei den Null-Weltmeisterschaften starten hätte können. Schießt sensationell gut. Und Helena Jonsson versucht nochmal sich neu einzujustieren nach den zwei Fehlschüssen. Aber damit geht es natürlich ins gesonderte Mittelfeld. Katty Willem ist fehlerfrei geblieben. Eben gerade, Olofsson-Siedeck mit einem Schießfehler bis jetzt. Ja, und es ist doch schön zu sehen, wenn die beiden auf der Runde zusammenlaufen können. Ja, Katty Willem ist 47 Sekunden vor. Thea Gregori nach dem vierten Schießen. Gregori nicht momentan erste, also mit einem Schießfehler ist Katty Willem durchaus heute. Das können wir... Ich muss sagen, ich kann am besten nachvollziehen, welchen Druck man sich aufbaut, wenn man wirklich immer null schießen muss. Und Martina muss zurzeit null schießen. Sie ist eben durch diese Erkältung über Weihnachten, Neujahr und dem Start in Oberhof, das hat ihr wirklich nicht gut getan, kurz nach einem Antibiotikum eben Wettkämpfe zu laufen. Und ich glaube, das liegt bei ihr noch im Körper und das kommt nicht so richtig raus. Und ob das diese Saison dann nochmal besser wird, das weiß ich nicht so genau. Ja, bei Katty Willem ist alles wirklich, alles im Lot im Augenblick. Bei Kaiser Makarenin ist alles außerhalb der senkrechten. Das sind vier, fünf Minuten, die schon den Champs wieder bereitgestellt hat. Und Andrea Stützl freut sich natürlich auch, dass das alles so gut, so rund funktioniert. 45 Sekunden. Sie hält diese Zeit im Augenblick. Ja, und das ist schon ein wirklich... Und guck hin, Saint-Trine-Bahin. Dreimal null. Ja, das wäre natürlich eine Art Wiedergeburt für die Französin. Und da gibt es dann wieder diese E-Mails und diese Anrufe, die dann sagen, na, bei denen, da guckt er nicht hin, gell? Bei den Russen, da guckt er schon hin, wenn die plötzlich schnell sind, wenn die plötzlich gut sind. Oder bei den Deutschen, wenn die plötzlich schnell sind und gut sind. Das ist eine verquere Situation. Und wenn ich mal gesagt habe, die Sache ist nicht angenehm, ich hätte es auch anders ausdrücken können. Es macht mich fuchsteufelswild, aber wenn man das sagt, dann ist es auch wieder nicht richtig. Aber wie gesagt, man kann es den Kollegen der schreibenden Zünfte aus unserer Sicht ja nicht immer recht machen. Das ist schon verständlich, das wissen wir. Wir bemühen uns aber ganz heftig. Wir bemühen uns wirklich. Ja, und es liegt dir wirklich sehr quer am Magen. Aber ich kriege dich heute noch wieder beruhigt. Nein, nein, es liegt mir gar nicht im Magen, das ist die ganze Zeit, ehrlich zu sagen. Also, und Trin Wai nimmt schon sehr das Tempo vor der Brücke schon heraus. Wir versuchen ja nur, um das nochmal aufzufassen, wir versuchen ja nur, auch in einem Sinne fair zu sein gegenüber Athleten der Nationen, die erwischt worden sind. Das hilft ja nichts. Aber jetzt kommt Kati Will dem erst mal ins Ziel und sie wird einen Vorsprung haben von über 40 Sekunden, nehme ich an. Also um die 40 Sekunden Vorsprung gegen Gregorin. Und wenn wir das ganze Gesamtpaket mal betrachten, könnte das wieder ein Weltmeistertitel für Kati Willhelm heute werden. Also die Kati, die liefert hier Weltmeisterschaften ab. Das ist wirklich... Die letzte 200 Meter lange Abfahrt, mittlerweile so gut präpariert, dass sie keine Probleme mehr darstellt. Immer noch ist die Sache sehr windig, aber die Zeit von Kati Willhelm ist extra klasse. Die Gesamteinheit des Biathlon-Sports wird auf ideale Art und Weise von Kati Willhelm verkörpert. 40 Sekunden fast genau vor Thea Gregorin bei gleicher Schießleistung. Thora Berger ist dritte, momentan dann Kruzter-Lieber und Andrea Henkel ist fünfte mit drei. Drei Strafungen. Also Andrea Henkel wäre bei gleicher Schießleistung jetzt vor Kati Willhelm gewesen, aber das zählt nicht. Da will ich jetzt aufpassen auf Kati. Kati auf Sandrin Bayer. Jetzt könnte Sandrin Bayer eine gute Rolle spielen, wenn sie fehlerfrei bleibt, das tut sie. Das ist Medaillenverdächtig. Medaillenverdächtig für Sandrin Bayer. Und Hand aufs Herz, das hätten wir nicht gedacht. Nein, überhaupt nicht. Gar nicht. Aber wir haben es... Ich habe es jetzt gerade schon im Durchmarsch gesehen. Sie liegt mit diesem sehr guten Schießergebnis schon eine Minute hinten. Der Marie-Laure Brunet die Läuferisch besser geworden ist, noch nicht so gut wie die besten. Aber die natürlich schon eine feine Klinge schwingt am Skistand. Ja, ich habe es jetzt noch nicht so gut wie die Klinge schwingt am Skistand. Ja, ich habe es jetzt noch nicht so gut wie die Klinge schwingt am Skistand.